Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat sich heute mit einem Thema befasst, das alle Menschen in Baden-Württemberg betrifft. Es geht um den Rettungsdienstplan im Land. Die Kläger wollen vor dem Verwaltungsgerichtshof unter anderem die Reform der Hilfsfrist für Rettungskräfte auf den Prüfstand stellen. Im vergangenen Jahr hat das Land die Hilfsfrist nämlich neu festgelegt. Diese Frist besagt, in welcher Zeit der Rettungsdienst nach einem Notruf vor Ort sein muss. Und einer der Kläger ist jetzt bei uns in der Sendung. Schönen guten Abend, Chris Riemen. Hallo, moin. Unter den Klägern sind Gemeinderäte, aber auch Sanitäter, Sie selbst sind grünen Stadtrat und auch Rettungsassistent. In welche Funktion sind Sie vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen? Als Kommunalpolitiker und Rettungsassistent. Warum genau haben Sie Klage beim Verwaltungsgerichtshof eingelegt? Ja, es wurde ja letztes Jahr ein Rettungsdienstplan verabschiedet, gegen den sich auch unsere Kritik richtet. Und letztendlich auch die Normenkontrolle, weil wir auf nichts anderes als auf die Nichtigkeit des Rettungsdienstplans letztendlich klagen. Es ist ja eigentlich keine richtige Klage, sondern eine Normenkontrolle. Sie haben gesagt, wenn Sie mal umfallen sollten, wollten Sie lieber in Rheinland-Pfalz umfallen als in Baden-Württemberg, weil da die Bürger schlechter dran sind als in der Pfalz. Warum? Ja, Hessen wird auch noch gehen. Nein, warum? Wir haben im Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg ja eine Hilfsfrist von 10 Minuten. Und der VGH hat heute in der mündlichen Verhandlung nochmal klargestellt, dass diese 10-minütige Hilfsfrist auch gilt. Und nicht die 15 Minuten, auf die sich ja immer das Land und die Kostenträger, die Leistungserbringer beziehen, sondern wir haben 10 Minuten. Das ist eine Lehre, die wir heute aus der mündlichen Verhandlung genommen haben. Warum hat das Land diese Frist auf 15 Minuten verlängert? Ja, wir vermuten, dass es da um Kostengründe geht. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, wo ja im Endeffekt die Krankenkassen und die Hilfsorganisationen privatrechtlich das Thema regeln. Der Staat ist da außen vor. Auch die Kommune hat nichts zu melden. Und insofern vollkommen klar, 15 Minuten sind günstiger als 10. Zum einen haben Sie die Hilfsfrist beanstandet, aber auch die Befugnisse des Landesausschusses, der den Rettungsdienstplan ja bestimmt und diese Befugnisse erteilt. Warum? Genau, also da geht es zum einen auch um die Vorabdelegation der Notfallsanitäter. Wir fordern, dass es da eine vernünftige, einheitliche Regelung gibt, dass der Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin letztendlich auch in ganz Baden-Württemberg weiß, was man darf, was man nicht darf und vor allen Dingen, dass es evaluiert, kontrolliert wird und nicht, dass es Zufall ist. Beim einen Rettungswagen wird so geholfen, beim anderen in einer anderen Art und Weise. Wir wollen da eine Vereinheitlichung. Und vor allen Dingen ist heute auch klar geworden, dass dieser Landesausschuss ein freischwebendes Konstrukt ist. Wie sieht dann konkret Ihre Lösung oder Ihr Vorschlag aus? Ja, der Vorschlag ist, dass das Land heute die Dinge entsprechend auch mitnimmt, unabhängig davon, wann und wie das Urteil ergeht. Und dass einfach das Rettungsdienstgesetz, was in der Überarbeitung ist, entsprechend so überarbeitet wird, wie das Gericht heute auch die Hinweise mitgegeben hat. Weil heute gab es einfach nur Watschen rechts und links. Herr Riem, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden beobachten, wie der Verwaltungsgerichtshof entscheidet. Ich danke.